Hallo Freunde von Dr. Butt. Heute mal was anderes. Ein gewaltiges Umgitter. Sieht über unsere kleine Stadt hinweg. Oder Dorf oder wie auch immer. Auch das wird im Sommer dazu, ne? Alter, was sind wir denn? Was sind die Donner? Boah, der Donnergott lässt grüßen. Was soll ich sagen? Ein wahres Filmen. I love it. Bis bald, euer Dr. Butt.